Freitag startet unser Blue Weekend mit über 350 Deals. Da gibt es vom 18. bis 21. September richtig coole Markentechnik zu stark reduzierten Preisen. Neben Angeboten zu Apple haben wir auch jede Menge Notebooks, Smartphones, Tablets, Smart Home-Produkte von diversen Herstellern wie Microsoft, Huawei, Lenovo, Dell und so weiter im Angebot. Freitag 0 Uhr geht's los und dann findet ihr alle Deals unter cyberworld.de oder bei uns in den Stores. Also tragt es euch in den Kalender ein, sagt es euren Eltern, Hauptsache ihr seid dabei. Vielen Dank.